Guten Tag, mein Name ist Christian Hubertz und ich bin seit mehreren Wochen der offizielle Schaupraktikant der Maniak. Ich habe schon einiges rausgefunden in der Redaktion, aber eine Frage brennt mir noch auf den Nägeln. Olli? Was ist denn? In diesem Redaktionsraum da hinten, was ist eigentlich hinter dem schwarzen Vorhang? Deine Intuition spricht für dich. Dahinter steckt eines der bestgehütetsten Maniak-Geheimnisse. Wirst du es sehen? Wirst du es wirklich sehen? Ja. Okay, du hast es gut überlegt? Ich denke schon. Okay, dann komm mit. So, da wären wir. Und nun viel Spaß. Ich sitz daheim, bin nicht gut rauf. Du sitzt daheim, bist nicht gut rauf. Die PS2 taucht nicht mehr rauf. Die PS2 taucht nicht mehr rauf. Sie ist seit Neuestem so platt. Wie eine Flunder und das hat Den Nachteil, dass ich sie verlege. Den Nachteil, dass du sie verlegst. Und sie danach zu suchen pflege. Und sie danach zu suchen pflegst. Ich hab den Videospieler bloß. Weil ich die neue, super flache PlayStation 2 suchen muss. Vor Schmerz verzerrt sich mein Gesicht. Vor Schmerz verzerrt sich dein Gesicht. Ich dachte schon, ich hätte Gicht. Du dachtest schon, du hättest Gicht. Mein Xbox-Bad ist die Begründung. Denn es ist so riesig und so schwer. Es ist so riesig und so schwer. Mein zartes Händchen, er will nicht mehr. Dein zartes Händchen, er will nicht mehr. Ich hab den Videospieler bloß. Ich glaub, ich werf das Joy-Bad weg, auf mir ne Tanzmatte und spiel zu Fuß. Er ist quadratisch praktisch gut. Er ist quadratisch praktisch gut. Und trotzdem packt mich kalte Wut. Und trotzdem packt mich kalte Wut. Den Gamecube gibt's in allen Farben. Nur wer auf Pick steht, der muss da. Ach komm, Nintendo, hör mein Fliehn. Ach komm, Nintendo, hör sein Fliehn. Ich will nen rosa Würfel seh'n. Du willst nen rosa Würfel seh'n. Ich hab den Videospieler-Blues. Mein Spielzimmer ist überall total knallrosa. Hände mal nur von duften Fernsehtisch entsteht ein Babyblauer Gang-Jubo-Sack. Ich kann nicht mehr, ich bin am Sacken. Wer kann nicht mehr, mir geht's am Sacken. Jede Konsole hat ne Macke. Jede Konsole hat ne Macke. Statt Eintäuion, statt Xbox Live. Finde ich Super Nintendo Mega Drive. Früher war alles viel, viel besser. Früher war alles viel, viel besser. Deswegen bin ich Macke-Glase. Deswegen bin ich Macke-Glase. Ihr möchtet da draußen schön Gruß. Wir haben alle, wir alle zusammen und es wird niemals anders sein. Den Videospieler-Blues. Christian, bleib stehen! Mensch, kannst du nicht einfach abhauen! Ich wollte ihm noch mal erzählen, was im Kühlschrank versteckt ist.